Mit dem Slogan, wir bieten ihrem Fahrvergnügen jetzt noch mehr Raum, hat Ford Eigenthaler in Pöchlern den Standort erweitert. Das wurde nicht nur mit neuen Modellen, sondern auch mit vielen Kunden, Freunden und Bekannten gefeiert. Ja, bei uns geht es heute um die Eröffnung unseres neuen Ausstellungsgeländes, was wir im Herbst 2013 errichtet haben. Wir haben da eine 4.000 Quadratmeter große Fläche zu unserem Betrieb noch dazugebaut, damit wir noch mehr Parkplätze, bessere Ausstellungsflächen und ein großes Neuwagenlager jetzt einmal platzieren können. Und dafür hat man auch keine Kosten und Mühen gescheut, um dieses Ereignis auch dementsprechend zu feiern. Ja, erstens einmal gibt es eine große Autoschau, die wir bei uns jetzt in der Werkstätte aufgrund des nicht allzu schönen Wetters jetzt einmal durchführen. Dann gibt es einen Frühschoppen mit der Stadtmusikkapelle Pöchlern. Es gibt Grillhändler zu günstigen Preisen und am 14 Uhr haben wir eine große Verlosung mit einem Hauptpreis einer Mittelmeerkreuzfahrt. Seit über 200 Jahren übt die Familie Eigenthaler ein Handwerk aus. War es 1804 noch eine Schmiede, hat sich dann 1954 eine Landmaschinenwerkstatt entwickelt, bis das Unternehmen schließlich 1967 erfolgreicher Fortvertriebspartner wurde und bis heute blieb. Ja, unser Lofslogan ist Leben ist Dynamik. Sie merken es, dass wir relativ gut unterwegs sind momentan, dass sehr viele Leute bei uns heute sind und sich das anschauen. Und wir hoffen, dass das nicht nur bei so einer Ausstellung ist, sondern dass die Kunden auch sonst wissen, zum Eigenten, da kann man immer fahren. Insgesamt 58 Mitarbeiter in den Filialen Pöchlern und Texing ergeben zusammen ein Team, das für den Erfolg von Ford Eigenthaler verantwortlich zeichnet. Das können die vielen Kunden bestätigen, die schon seit Jahren auf dieses Unternehmen setzen, wenn es um ihren fahrbaren Untersatz geht. So rund 20 Jahre fahr ich vor. Ja, weil wir eigentlich von der Firma Eigenthaler sehr begeistert sind. Es ist ein familienfreundliches Autohaus. Man kann jederzeit kommen, auch unangemeldet kann man kommen. Funktioniert auch ganz gut, wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Ja super, also sehr kompetent. Gute Mitarbeiter. Kann man sich nicht beklagen. Wir haben jetzt schon das fünfte Auto bei Ihnen gekauft in kurzer Zeit, weil es Service, die Freundlichkeit und es passt halt rund um und um. Und wenn es passt, warum woanders hin? Bei uns gibt es sehr viele Aktionen, speziell Neuwagen und Kurzzulassungsmodelle. Und alle, die sich im März jetzt noch dazu entscheiden, für die gibt es ein iPad Air gratis dazu. Ford Eigenthaler. Leben ist Dynamik. . . . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020